... für Philipp Weber und Joachim Grohl. Drei, zwei, eins, ab! ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Komm, geh mal raus Applaus 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 Scheiße. Was ist es? Graf. Komfort. Oh, Skolin. Mariette Tümpel und die Gruppe-Meteilie vor der Skolin-Jeder aus Fliegen. Und dann nochmal die 11. Star-Gruppe. Die haben auf 400 Generationen sind jetzt im Wasser aus Weltgestattet. Lisa Scheiner auf Ebenen viel. Und weiterhin viel Erfolg, alle, mit den Schülern 2003, Schüler A. Dort ist der dritte Platz nach Illingen, Colleen Weber. Der zweite Platz trifft deutscher Hochwald Marie de Tempel. Applaus Und die Gewinnerin, Sarah Lachinger-Purta Tümpel. Applaus So, bei den jungen Männern kommt hier mit dem Prennplatz der Neuer Klima in der Serie A. Auf die Bühne. Applaus Der zweite Platz geht wieder nach Merzig. Riechportser Hochwald Joshua Peter. Applaus Und du musstest nicht deinem Bruder die Hagen geben, oder? Ist das so, ja? Der Gerard Peter gewinnt hier heute! Herzlichen Glückwunsch! Applaus Super! Sieht mal irgendwie, dass ihr Brüder seid. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt kommt die Saarlandmeister-Wertung. Hier bleibt, steht die komplette Saarlandmeisterschaft auf der Bühne schon korrekt. Also, drunter Platz in der Saarlandmeister-Wertung bei den Mädchen Noah Diemann. Oh, Entschuldigung. Pauline Weber. Noah, ja, ja. Pauline Weber. Marie de Tempel, Silber. Und Saarlandmeisterin Sarah Lachinger. Applaus Applaus Und so, jetzt Noah Diemann und Silber und Gold teilen sich Joshua Peter und der Saarlandmeister Jérôme Peter. Applaus Glückwunsch! Applaus Bravo, ich geh fast davon aus, im nächsten Jahr habt ihr auch diese grünen Trikots an und macht dann mit. bei der Jugend B und gehört zum Team von dem Weiby. Klausiker macht, ganz toll.